Ja, ich bin auf der Elbe zu Hause und die Elbe ist nicht gerade bekannt dafür, dass sie sehr sauber ist. Es kommen sehr viele Plastiktüten runter, wir finden sehr viel Glasmüll und ich finde es einfach schön, wenn die Leute sich wieder ins Gedächtnis rufen, dass Umweltschutz bzw. die Umwelt was ganz wichtiges ist und der Müll gehört in die Mülltonne und nicht irgendwo auf irgendwelche Elbwiesen oder in den Fluss hinein. Von daher, schön sauber bleiben. Ja, ich bin auf der Elbe zu Hause und die Elbe ist nicht gerade bekannt dafür, dass sie sehr sauber ist. Es kommen sehr viele Plastiktüten runter, wir finden sehr viel Glasmüll und ich finde es einfach schön, wenn die Leute sich wieder ins Gedächtnis rufen, dass Umweltschutz bzw. die Umwelt was ganz wichtiges ist und der Müll gehört in die Mülltonne und nicht irgendwo auf irgendwelche Elbwiesen oder in den Fluss hinein. Von daher, schön sauber bleiben.